Hallo Leute, heute fahren wir zu unserem ersten Auswärtsreitunterricht. Eigentlich wäre vor zwei Wochen das schon gewesen, aber da haben wir zwei Stunden zum Verladen gebraucht und dann war die Reitstunde leider vorbei. In der Zwischenzeit haben wir fleißig geübt und heute haben wir nicht mal fünf Minuten gebraucht. Deswegen haben wir jetzt auch ein bisschen Zeit und können uns dann auch in Ruhe das Vereinsgelände angucken, bevor wir dann loslegen. Ich bin schon echt gespannt, wie Amira da so ist und jetzt fahren wir einfach los, damit sie nicht so lange da drin stehen muss. Bis gleich! Ich bin schon sehr gespannt, wie Amira da so ist. Ich bin schon sehr gespannt, wie Amira da so ist. Das ist aber ein hässliches Teil. Kein Wunder, dass da viele Quelle nicht zu sehen sind. Das tut... sind wir wissen, was zum Amen. Ja. Wir sagen immer, wir wissen von nichts, hat sie noch nie gemacht. Bisher hat sie es noch nie gemacht, genau. Ja, das sieht gut. Gut, Lobel. So ist gut. Jetzt hat sie weiter. Jetzt hat sie dann mit. Und die Untersteine zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück, jetzt zurück, jetzt zurück, jetzt zurück, mit dem Bein, komm. Mit dem Bein, ne, ne, ne. Wenn einer abwände ich immer greife, dann stimmst du zurück. So. Stimmchen. Eins, eins. Oh. Nicht mehr, nicht mehr. So. Das ist perfekt. Nicht weg. Wenn du befreit hast, das ist eins. Aber du bist gleich gut. Und jetzt sogar wieder. Ich liebe es. Jetzt. Komm. Komm. Jetzt. So ist gut, Isabel. Nicht fressen. Ich verstehe zu dir. Komm. Die kommt gleich. Isabel, die kommt gleich. Gut so. Prima. Ja. Gut so. Gut so. Gut so. Loben, looben, looben. So. Prima. 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 pronounced im YouTube. Trocknet wieder. Primaelas. Primaelas. Trocknet wieder. Primaelas. Primaelas. Abrima. Primaelas. Nicht so tief, dass du nicht laufen könntest. Komm, du darfst gleich noch mal dran. So, das ist echt gelogen, die Kaffee, echt gelogen. Wollen wir mal sehen, was ich so rummach? Ja, das sieht gut. So, jetzt geht Isabel alleine, sie hat einen Langeweg. So, jetzt geht Isabel alleine, sie hat einen Langeweg. So, jetzt geht es ein Langeweg. Ich glaube, die wechseln, wir gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 10, 11, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 19, 20. So, ich fahre gleich hin. Ja. Ja, Anna. Ich hab jetzt mal eine Streifeliebe, ich zeig das mit der Bibi mal in Gelände weiter. So. Auf. Ich hab das. Ernst noch? Ja. Ach, du tust dich ja schon. Danke schön. Na, du tust dich mal immer frisch. Wenn man hier ein großer Flecken hinterm ist, kann ich hinter beide Wolken durchgehen. Denkstellen. Auf. Oh, jetzt gerade. Du musst das jetzt. Du hast dich ja jetzt vorher einmal so angeboten. Das musst du alles durchbreiten machen. Das ist gar nicht, dass du da vorne rutsch zu suchen. Sondern, auf. Ja, das ist nicht ganz alleine passiert. Alles immer frei. Aufrecht bleiben. So eine Rutschruppe, dass du mit dem Weg steigst, so viel besser durchkommst. Auf. Und dann rein. Ja, gut. Und dann rein. Auf. Und dann rein. Immer wenn du merkst, du kommst mit den Beinen durch. Und das ist mit der Ferne. Nicht warten. Ja, genau. Und fang an. Ja, so ist gut. Man anfängt, das zu lösen. So ist richtig. Genau so. Oh mein Gott. So ist gut. Siehst du wohl. Da. Fertig. Ja, so. Da kannst du jetzt damit was anfangen. Verstehen. Ja, jetzt. Über. So. Jawohl. Aber du musst dich grad mal Mal drauf herhalten. Aufrecht. 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 Weiter. 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 Looben. Rieber! Mach das gerade noch mal! So weiter! Und rieber! Und weiter! Und weiter! Hast du das schon mal gemacht? Und weiter! Auf und rein! Und weiter! Und so! Und so! Und so! Auf und rein! Und die Hand nach vorne! Und rein! Und rein! Und rein! Und rein! Und rein! Und rein! Auf und rein! In der Hand nach hinten! Auf und rein! Auf und rein! Dann! Auf und rein! Wie geht es denn? So hat die Hand nach unten! Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020